Sprech die Polizei, kommen sie raus! AGENT! Hey, hey, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic Creations! Yay! Und ich muss noch mal Danke sagen Leute, in der letzten Folge wo ich gesagt habe, dass ihr 150 lives schaffen sollt oder beziehungsweise gefragt habt, ob ihr es schafft, das war die Folge wo ich das Haus vorgestellt habe, sind jetzt insgesamt 169 geworden, Hammer Wahnsinn, echt Leute! Und deswegen sage ich, schaffen wir noch mal die 150? Ich denke schon! So, aber jetzt, es tut mir auf jeden Fall leid, wenn die Folge heute ein bisschen kürzer wird, denn viel gibt es nicht zu zeigen, aber ich muss es unbedingt machen, denn ich bin gerade total im Breaking Bad Fieber Leute, ich schaue gerade auf Netflix alle Staffeln Breaking Bad und bin gerade bei der dritten Staffel und ich muss euch sagen, ich will nicht spoilern, ich werde auch nicht spoilern, aber ich muss es sagen, ich finde diese Serie mega geil! Ich finde diese Serie so Hammer! Also für Leute, die sie noch nicht geguckt haben und in dem Alter sind, schaut sie euch unbedingt an, probiert es wenigstens aus, schaut nur die ersten Folgen! Wenn ihr nach den ersten Folgen in der ersten Staffel noch nicht überzeugt seid, dann ist Breaking Bad nichts für euch! Aber wenn ihr da sowas mögt, dann seid ihr nach den ersten paar Folgen sofort überzeugt von dieser ganzen Serie, weil sie einfach so Hammer ist! Aber gut, ich will jetzt nicht so viel über die Serie quatschen! Wir haben hier heute, ihr habt ja gesehen am Anfang, die Polizei kam, da wurde was gekocht! Oh mein Gott, das habt ihr wahrscheinlich sofort erkannt, dass es um Breaking Bad geht! Außerdem steht es ja auch im Titel! Und ja Leute, guck euch an, wir haben nämlich den Camper von Breaking Bad hier richtig geil! Und ich weiß ja auch nicht, warum ich so ausrasse, weißt du, theoretisch müsste ich jetzt um tausend Klicks mehr zu bekommen, hier sitzen... Okay nein, Spaß beiseite jetzt hier! Wir haben hier einen richtig, richtig schönen Camper und er sieht natürlich genauso aus wie Breaking Bad. Also für die Leute, die Breaking Bad nicht geguckt haben, dann gebt es mal auf Google ein, dann gebt mal Breaking Bad Camper ein und so weiter und dann findet ihr die Bilder dazu oder schaut halt, wie gesagt, die Serie. es ist einfach mega hammer ich finde es lohnt sich auf jeden fall und ja wir haben mir wie seit den kleinen camper ich habe ein bisschen ausgebaut weil drin war nichts außer nur diese tische und ich wollte halt so ein bisschen jetzt kann man jetzt blinken so okay ich wollte so ein bisschen simulieren hat in drin weiter in drin wird ja in der serie wird ja meth gekocht also crystal meth und ja das wollte ich halt hier auch nachempfinden und habe dann hier diese boiler gebaut und hinten der zum beispiel ist nicht aktiv das auch nicht angeschlossen an der am abzug zum rausziehen der dämpfe die hier zum beispiel schon hier wird gerade das blaue crystal meth gemacht und hier ist dann die 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 große große links wie heißt das große fass wo wo hier die chemikalie drin ist diese brauchen um dieses meth herzustellen und hier haben ein paar sachen so das sollen sozusagen die die gläser darstellen und hier auch noch mal so ein bisschen was und da noch mal ein bisschen was hat die gläser die schläuche und so weiter soll das ein bisschen darstellen wie es geht und das hier vorne habe ich hingelegt das soll sozusagen die päckchen darstellen vom mech mir fehlt nichts besseres ein was diese diese päckchen simulieren sollen und deswegen habe ich das hier gesetzt und mehr ist das schon nicht wir haben noch ein kleines ding hier wir haben hier noch ein kleines waschbecken wie gesagt eigentlich war es so diese ganzen sachen die jetzt hier stehen die sind nicht da gewesen auch dass wir auf dem boden nicht nur die tische standen und mehr war nicht aber ich habe mir gedacht so wir müssen das auch ein bisschen realistischer gestalten also ein bisschen serienmäßiger und ja deswegen aber wir setzen uns mal rein und können wir die eins drücken wir können die eins drücken und wollen natürlich auch schauen wie das fährt es gibt sogar noch eine zwei ach so das ist das ich kann das aufbocken genau ich kann das ich kann den wagen aufbocken aber das wollen wir natürlich nicht nur noch eine drei drücken nein können wir nicht aber wir können fahren wir können fahren und alter leute ihr glaubt es nicht das ding fährt schwerfällig aber holla die waldfee wie wie man sich so vorstellt bei so einem amerikanischen alten wagen so richtig weiche lenkung und vor allem guckt euch das an guckt euch das an ich wenn ich jetzt auch anfahre dann geht es richtig hinten das heck runter das ist richtig cool das ist mega cool dass irgendwie finde das irgendwie so ein bisschen realitätsnah so als eigentlich was nicht ganz realitätsnah ist hinten ist das leicht schräg nach oben der wagen aber das natürlich nur ein kleiner schönheits fehler der jetzt nicht so unbedingt so schlimm ist und sagt so oder macht was am fahrfeeling oder das macht alles kaputt man erkennt ja trotzdem was das sein soll und ja ich finde dass die federung ist halt passt echt zu diesen diesen 80er jahre kämpfern so richtig schön weich wenn ich fahre dann schlägt das auto richtig zur seite aus ich hatte jenige richtig gut gemacht ach ja leute stimmt stimmt ich muss euch ja noch zeigen wer das gemacht hat das ist ja oh mein gott hände über den kopf zusammenschlag zeit hier und setzen wir das mal hin und drücken hier hier zack einmal hier lesen bitte ein auf pause drücken leute da 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 hier das steht aber natürlich nicht viel und auch ja richtig richtig hammer und ich würde auch schon sagen wir sind schon am ende angekommen heute wie gesagt eine richtig richtig kurze knackige runde wenn ihr noch ein paar sachen habt die ich vorstellen kann leute die ich vorstellen kann aus dem workshop ob es eure sachen sind oder andere sachen von jemand anderem dann schreibt sie mir auf jeden fall die kommentare und ja ich denke mal ich werde jetzt auch mal das format ein bisschen in klammern fan creations anfangen das heißt ihr können sachen für mich bauen und können sie mir einsenden und ich werde sie dann natürlich bereitstellen ich werde jetzt keine city machen also also ich will das jetzt nicht von ideenschmiede komplett abkupfern wie dass ich sage baut mir was und ich stelle es in der stadt sondern ich stelle nur eure sachen vor ihr könnt auch natürlich auch sachen einsenden die ihr schon längst gebaut habt vor ein paar wochen oder so das ist kein thema schuldigung für den ich weiß nicht ob man das gehört hat aufgestoßen ich habe davor gerade noch schön ein sprudelhaltiges getein gedrungen aber auf jeden fall leute warum ich euch das erzähle keine ahnung aber jetzt auf jeden fall leute wenn es euch gefallen hat wie gesagt gibt ein daumen nach oben es kostet euch nicht viel zeit schaffen wir die 150 wieder das wäre wirklich wieder der wahnsinn und ja ich bin jetzt auf jeden fall weg es hat mir wieder sehr viel spaß gemacht für euch eine schöne folge aufzunehmen macht's gut auf wieder rausgelli es tierne ja ja genau das gehört ja ja Bis zum nächsten Mal.